Hallo und willkommen bei BILDNER TV. Seit 1. Juli 2022 gilt für alle Smartphone-User in der EU der Grundsatz Roam like at Home. Ja, doch was bedeutet das? Was hat das für Auswirkungen auf Roaming-Gebühren? Wo muss ich aufpassen? Wo sind Stolpersteine? All das schauen wir uns jetzt in dem Video an. Also, lasst uns loslegen! Hallo und schön, dass ihr wieder bei BILDNER TV reinschaut, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und wir schauen uns heute ein interessantes Thema an, das eigentlich fast alle Smartphone-Benutzer irgendwann mal betreffen wird, nämlich die neue Roaming-Verordnung der EU. Die ist seit 1. Juli 2022 in Kraft getreten und sie soll für 10 Jahre gelten. Also, wenn sie zwischenzeitlich nicht geändert wird, gilt sie bis 2032. Ja, und damit wird jetzt endlich innerhalb der EU die Kosten für das Roaming gedeckelt, so dass man da eine einheitliche Ordnung hat und eigentlich nicht mehr in Kostenfallen tappen kann. Möchte man meinen. Es kann immer noch passieren, denn es gibt einige Ausnahmen davon, die auch durchaus logisch sind und die solltet ihr kennen. Und genau deswegen auch dieses Video, die zeige ich euch natürlich. Ja, und worauf ich gleich am Anfang hinweisen möchte, sind natürlich unsere Bücher rund um das Thema Smartphones. Wie ihr Daten-Roaming zum Beispiel aktiviert, deaktiviert, wie ihr Einstellungen vornimmt. Einige zeige ich euch in dem Video, aber alle weiteren Einstellungen und was euer Smartphone sonst noch so alles kann, das erfahrt ihr natürlich alles in unseren Büchern, passend zu deinem Smartphone. Geht einfach auf www.bildnerverlag.de und hier findet ihr unter dem Punkt Smartphones, hier oben, findet ihr alle Bücher rund um das Thema Smartphones. Ihr seht hier zu den verschiedenen Modellen, aber auch zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel hier WhatsApp. Ja, und ihr könnt natürlich auch eins unserer Bücher gewinnen. Schreibt einfach einen Kommentar und wenn ihr Glück habt, dann werdet ihr einmal in der Woche, losen wir den Gewinner aus, werdet ihr vielleicht als Gewinner gezogen und dann dürft ihr euch ein Buch aus unserem Verlagsprogramm frei auswählen. So, und jetzt zu dieser Roaming-Geschichte. Ja, das betrifft jetzt sowohl die Telefonie als auch SMS als auch das Daten-Roaming. Weitere vertragliche Vereinbarungen, die vielleicht dann noch mit reinfallen, die fallen dann nicht mit darunter, aber darauf komme ich noch. Ja, Roam like at home. Bedeutet, ihr zahlt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Ausland fahrt, ins EU-Ausland, dann zahlt ihr zum Beispiel jetzt in Italien oder in Frankreich genauso viel, als würdet ihr von zu Hause aus, also von Deutschland aus jetzt in meinem Fall, telefonieren. Also wenn ich einen Vertrag habe und ich bin in Frankreich, dann zahle ich genauso viel, als wenn ich von Deutschland aus telefonieren würde. Bedeutet natürlich auch, wenn ich jetzt in Frankreich bin und ich rufe einen Freund in Deutschland an, dann habe ich da überhaupt keine Gebühren. Und ja, wenn ich in Deutschland bin und telefoniere ins EU-Ausland, dann kann es sein, dass ich da etwas zahlen muss. Dann zahle ich das natürlich dann auch in Frankreich, weil es ist ja so, als würde ich von Deutschland aus telefonieren. Also wenn ich in Frankreich bin und rufe einen Freund in Frankreich an, dann ist es so, als würde ich von Deutschland aus telefonieren. Aber auch diese Kosten werden durch die neue Verordnung gedeckelt. Da ist es so, die Gespräche aus Deutschland jetzt zum Beispiel, was ja mein Heimatland ist, in andere EU-Länder, die dürfen maximal 19 Cent pro Minute kosten. Also das Telefongespräch und eine SMS darf maximal 6 Cent kosten. Und wie gesagt, das sind alles die Maximalpreise. Also da ist jetzt eine Kostendeckelung da. Da muss man jetzt nicht mehr Riesenunsummen befürchten. Wenn ihr natürlich bessere Verträge habt, wo zum Beispiel schon geregelt ist, dass ihr ins europäische Ausland, sagen wir mal, nur 5 Cent pro Minute bezahlt, die gelten natürlich weiter. Oder wenn ihr auch Verträge habt, wo ihr kostenlos innerhalb bestimmter Länder telefonieren könnt, die gelten natürlich weiterhin. Diese Verordnung, Roam Like at Home, ist sozusagen die Kostendeckelung, das, was ihr maximal bezahlen müsst. Es gibt natürlich auch Ausnahmen davon. Man kann es vertraglich anders regeln, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Vorteile kriegt, dass dann in anderen Bereichen es etwas teurer wird. Das kann man vertraglich natürlich regeln. Und aufpassen müsst ihr, wenn ihr alte Verträge habt. Auch da gilt eigentlich als Kostendeckelung das Roam Like at Home. Aber was ihr machen sollt, wenn ihr wirklich alte Verträge habt, die ihr schon über Jahre lang weiterführt, da solltet ihr vielleicht bei eurem Anbieter nachfragen und euch die Bestätigung einholen, dass auf alle Fälle das Roam Like at Home für euch gilt. Denn eigentlich sollten die Anbieter das alles automatisch umstellen, dass das die maximale Obergrenze ist an Kosten, die ihr habt. Also keine Sorge, Vorteile, die ihr habt, wo es günstiger wird, die fallen euch normalerweise nicht weg. So, schauen wir uns nochmal an das Geltungsgebiet. Das sind die 27 EU-Staaten plus drei weitere Staaten des europäischen Wirtschaftsraums. Und ich habe hier mal von Wikipedia die Karte. Und wenn ihr seht, hier ist zum europäischen Wirtschaftsraum auf Wikipedia eine Karte, die möchte ich euch mal zeigen. Also ihr seht hier blau die EU. In all diesen Ländern gilt das. Und in den grün eingezeichneten, also in Island, Norwegen. Und man sieht es jetzt hier nicht noch in Lichtenstein. Hier, da, zwischen Österreich und der Schweiz, der kleine Staat. Da gilt diese neue Verordnung. Aufpassen müsst ihr natürlich in all diesen grauen Gebieten hier. Da gilt das nämlich nicht. Also im internationalen Verkehr, da hat diese Verordnung keinerlei Auswirkung. Und dementsprechend müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr euch innerhalb des Grenzgebietes bewegt. Wenn ihr zum Beispiel in Österreich Urlaub macht, nahe der Schweizer Grenze. Oder ihr seid in Polen, hier nahe zur russischen Enklave Kaliningrad oder zu Weißrussland oder zur Ukraine. Oder ihr seid in Kroatien im Urlaub. Und ja, da ist gleich Bosnien-Herzegowina und Serbien nebenan. Da kann es sein, wenn ihr euch da nah an der Grenze bewegt, dass ihr da in das jeweils andere Netz des anderen Landes kommt. Innerhalb der EU braucht ihr euch da keine Gedanken machen. Ich wohne hier in der Nähe zu Österreich. Und wenn ich mich jetzt hier aus Versehen oder halt, weil ich so nah dran bin, ins österreichische Netz einwähle, hat das für mich so gesehen keine Auswirkungen. Da gilt für mich das Rome like at home. Aber für den Iren, der nahe der nordirischen Grenze ist, was ja dann Großbritannien ist, da natürlich gilt das Ganze nicht. Also wenn ich mich dann ins Schweizer Netz, ins serbische Netz, ins russische Netz, ins großbritannische Netz einwähle, da gelten diese Kostendeckelungen nicht mehr. Da müsst ihr aufpassen. Da können natürlich große Kosten auf euch zukommen. Wo müsst ihr noch aufpassen? Flug- und Schiffreisen. Auch da gilt das nicht. Auf Flug- und Schiffreisen habt ihr oft keine nationale Telefonverbindung über das Mobilfunknetz, sondern die bieten an Bord, sei es Flugzeug oder Schiff, oft eigene Verbindungen an, die über Satellit gehen. Und das ist eine ganz andere Verbindung. Und die ist von dieser Kostendeckelung ausgenommen, weil es eben eine ganz andere Technologie ist. Und da kann es telefonieren und vor allem auch das Datenroaming sehr, sehr teuer werden. Apropos Datenroaming. Ja, auch das gehört mit zu dieser Regelung Roam like at home. Und da ist es so, ihr habt im Grunde den selben Datentarif, den ihr auch in eurem normalen Tarif zu Hause habt. Das heißt, ihr könnt also innerhalb dieses Raumes hier auch ganz normal euer Datenvolumen benutzen zu den selben Kosten. Also wenn ihr eine bestimmte Freimenge habt, dann habt ihr die jetzt auch in Frankreich und in Spanien und in Italien. Wenn ihr unlimitiert seid, dann gilt das auch für die anderen Länder. Allerdings unlimitiert, ganz stimmt das nicht, denn das ist immer ein sogenannter Fair-Use-Vertrag. Also sprich, man soll es nicht übertreiben. Das heißt, ihr könnt jetzt hier nicht 20 Leute, 24 Stunden am Tag Filme schauen lassen, denn da kommen zig Datenmengen zustande. Da wird irgendwann mal der Anbieter sagen, Moment mal, du lädst jetzt hier Hunderte von Gigabyte runter. Das läuft nicht mehr unter Fair-Use. Aber auch da wurden die Kosten gedeckelt. Wenn ihr zum Beispiel ein 5 Gigabyte Volumen habt und ihr überschreitet das im Ausland, dann kostet euch das maximal 2 Euro plus Mehrwertsteuer des jeweiligen Landes. pro Gigabyte. Übrigens, ab 1. Januar 2023 sind es sogar nur noch 1,80 Euro pro Gigabyte. Und jetzt zurück mal zu dem Schiff und Flugzeug. Da kann es sein, dass ihr über eine Satellitenverbindung für ein Datenvolumen bis zu 30 Euro pro einem Megabyte, nicht Gigabyte, ein Megabyte zahlt. Das heißt, so ein Film mit 100 Megabyte, sich ein Flugzeug anzuschauen, über Datenverbindung. Das kann dann mal schnell 3.000 Euro kosten. Ja, und da müsst ihr aufpassen. Deswegen solltet ihr, wenn ihr irgendwo auf einem Schiff seid oder in einem Flugzeug, euch entweder vorher informieren, was da die Preise sind oder was dort für eine Verbindung zur Verfügung steht und was die kostet. Vor allem interessant auch für Kreuzfahrten und natürlich für alle Flieger. Oder aber ihr solltet zum Beispiel euer Datenvolumen dort einfach, eure Datenverbindung einfach ausschalten. Genauso, wenn ihr ins internationale Ausland fliegt. Da ist es durchaus ratsam, das Datenroaming zu deaktivieren. Ja, viele kennen das ja. Ich kann mich vor Ort in einen WLAN einwählen, zum Beispiel am Flughäfen, am Bahnhöfen oder auch in meinem Hotel. Dann habe ich kostenloses WLAN, kann da das Internet nutzen. Aber wenn die WLAN-Verbindung abreißt, dann wechselt euer Handy normalerweise sofort in die Datenverbindung. Und das kann dann im internationalen Ausland eben teuer werden. Deswegen würde ich da empfehlen, die Datenverbindung zu deaktivieren. Ich mache das auch immer, bevor ich in den Flieger steige, einfach zur Sicherheit. Dann bin ich mir sicher, dass da nichts passiert. Und ich zeige euch mal, wie ihr die deaktiviert. Ich zeige es euch hier auf Android. Ich habe hier ein Samsung A22. Und zwar, ich habe das mit dem Computer verbunden. Und ich gehe hier mal in meine Einstellungen. Also ich wische nach oben. Ich habe hier die Einstellungen. Dann geht ihr auf Verbindungen. Und unter dem Punkt Verbindungen solltet ihr die mobilen Netzwerke finden. Und hier bei mobilen Netzwerke, da finde ich das Datenroaming. Und ihr seht, bei mir ist es bereits ausgeschaltet. Hier kann ich das aktivieren. Jetzt könnte ich Datenroaming machen im Ausland. Und wenn ich das hier deaktiviere, dann kann ich das nicht aus Versehen nutzen. Ja, und wo ich auch schauen sollte, wenn ich hier mal zurückgehe, das sind natürlich auch meine Netzwerkverbindungen, in die ich mich einwähle. Auch das kann im internationalen Ausland schnell teuer werden, wenn ich über ein anderes Netz telefoniere. Deswegen, wenn ihr da die Preise nicht wisst, die für euch gelten in eurem Vertrag, dann würde ich auch da die automatische Netzwahl deaktivieren, dass sich euer Smartphone nicht automatisch in ein Telefonnetz einwählt und dann, ja, ihr teuer telefoniert. Und dann nochmal zur Klarstellung. Ihr habt ja einen Vertrag, ich sage jetzt mal einfach in Deutschland, als Beispiel bei der Telekom. Und die haben natürlich Partner im Ausland. Im europäischen Ausland, also in Frankreich haben sie einen Partner. Aber da gilt ja das Roam Like at Home. Da habt ihr die Kostendeckelung. Aber sie haben auch einen Partner in Südafrika zum Beispiel. Und das ist dann der Partner, den ihr nehmen solltet. Da müsst ihr euch aber vorher informieren, was genau für euren Vertrag da gilt, welchen Partner ihr da auswählen müsst in Südafrika. Und vor allem, was auch die Kosten sind. Auch die Kosten sind da unterschiedlich. Das hängt sehr, sehr, sehr von eurem Vertrag ab. Also ihr prüft das bitte jeder für sich selbst. Ja, und deswegen kann ich auch einstellen, dass das Netz nicht automatisch gewählt wird. Weil wenn mein Partner hier in Deutschland einen Vertrag mit Partner A in Südafrika hat, ich mich aber in B einwähle, dann kann das sehr, sehr, sehr teuer werden. Und deswegen geht ihr wieder in die Einstellungen. Und in den Einstellungen geht ihr auch wieder auf die Verbindungen und da auch wieder auf die mobilen Netzwerke. Da, wo ihr eh schon auch die Start and Roaming aktivieren könnt und deaktivieren. Dort findet ihr den Punkt Netzbetreiber. Und ihr seht, der wird hier bei mir automatisch ausgewählt, was in Deutschland und in der EU kein Problem ist. Aber ich kann das hier auch deaktivieren. Und jetzt werden mir hier meine Möglichkeiten angeboten, die ich jetzt hier gerade an meinem Standort, wo ich hier jetzt in Passau bin, zur Verfügung habe. Und ihr seht, jetzt habe ich hier drei Anbieter und da steht schon unzulässiges Netz. Und ich habe hier ein verfügbares Netz. Das ist jetzt hier bei meinem Vertrag, zum Beispiel Vodafone. Und im Ausland habt ihr das dann eben auch. Da könnt ihr euch dann den Anbieter selbst auswählen oder eben gar keinen auswählen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch im Grunde genau gleich auf dem Apple iPhone. Und das möchte ich euch auch noch schnell zeigen. Also ihr geht da einfach in die Einstellungen. Und hier findet ihr den Punkt Mobilfunk. Auf den geht ihr. Und dann seht ihr, habt ihr hier Datenoptionen. Da steht Roaming ein. Und wenn ich hier auf die Datenoptionen tippe, kann ich hier das Datenroaming deaktivieren. Ja, und jetzt gehe ich wieder zurück. Und dann müssen wir ein bisschen nach unten gehen. Hier findet ihr den Punkt Netzauswahl. Wenn ich auf den tippe, dann könnt ihr auch hier automatisch deaktivieren. Und ihr seht, wenn ich das jetzt ausschalte, dann sucht ihr hier. Ihr seht, wie ihr jetzt hier sucht. Und dann bringt ihr mir hier auch meine Netzauswahl, wo ich mir jetzt manuell mein Netz auswählen kann. Einfach antippen und verbinden. Also nochmal zusammenfassend. Zusammenfassend, wann sollte ich mein Datenroaming deaktivieren und auch die Netzauswahl. Ja, und das solltet ihr innerhalb der EU und auch des EWR, des europäischen Wirtschaftsraumes, wenn ihr fliegt oder eine Schiffsreise unternehmt. Denn da gelten, wie gesagt, ganz andere Tarife über die Satellitenverbindung. Und ihr solltet die beiden auch deaktivieren, wenn ihr in das internationale Nicht-EU-Ausland reist. Also außerhalb der Länder, die ich euch gezeigt habe. Da solltet ihr es auf alle Fälle deaktivieren. Außer ihr seid euch sicher, dass euer Vertrag entsprechend abgedeckelt ist. Dass ihr zum Beispiel für Südafrika auch einen eigenen in eurem Vertrag die Kosten mit geregelt habt. Und ihr das genau wisst. Aber auch dann ist es immer noch interessant, trotzdem die Netzauswahl manuell zu betreiben. Denn wie gesagt, nicht jeder Netzbetreiber im Ausland, also zum Beispiel in Südafrika, arbeitet mit eurem Netzbetreiber in der Heimat zusammen. Also die Netzauswahl solltet ihr dann im internationalen Ausland auf alle Fälle immer manuell machen. So, und jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema, zu diesem Roam like at home. Wo sind da nochmal die Fallen? Auch hier noch kurz zusammengefasst und noch zwei neue noch dazu. Also Vorsicht bei Schiff und Flugzeug. Da gilt das nicht. Roam like at home. Dann Vorsicht Sonderrufnummern. Also all die 0180, 0190 Nummern. Also Sonderrufnummern sind von dieser Regelung auch ausgenommen. Und ihr solltet auf alle Fälle, wenn ihr alte Verträge habt, wo vielleicht für das Ausland besondere Konditionen festgelegt sind, da auf alle Fälle bei eurem Vertragspartner nachfragen, welche Konditionen jetzt wirklich für euch gelten. Ja, und noch ein Punkt, den ich ansprechen muss, ist das Telefonieren über WLAN. Das ist eine Option, die ja auch immer beliebter wird, was innerhalb Deutschlands jetzt zum Beispiel bei meinem Vertrag kein Problem ist. Aber das ist eine ganz andere Kostenaufschlüsselung. Da gilt dieses Roam like at home nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel dann in Italien in Urlaub seid und telefoniert über WLAN, und zwar wirklich telefonieren, dann kann das sehr, sehr teuer werden. Das heißt, ihr solltet auch diese Telefonie über WLAN nicht nutzen. Und damit meine ich nicht zum Beispiel WhatsApp. Das ist nämlich die Alternative, die ich euch empfehle. Oder ähnliche Programme. Ihr könnt ja solche Programme wie WhatsApp benutzen. Da wählt ihr euch ja mit einer Internetverbindung ein. Das heißt, da geht das Ganze zum Beispiel dann auch über WLAN. Aber da wird nicht Telefonie über WLAN, sondern ihr telefoniert über WhatsApp. Und WhatsApp ist im WLAN. Ein Riesenunterschied. Und ich zeige euch jetzt hier bei Android, wo ihr dieses Telefonieren rein über WLAN, ohne ein Zwischenprogramm wie WhatsApp, wo ihr das aktivieren oder deaktivieren könnt. Im Regelfall sollte es sowieso erst einmal deaktiviert sein. Aber es kann ja sein, dass einige von euch das aktiviert haben. Ja, und dazu gehe ich hier wieder mal auf mein Smartphone. Und jetzt gehe ich hier auf meine Telefonie, also wo ich jemanden anrufen kann. Und da geht ihr in die Einstellungen. Also ich hier rechts oben auf dieses Hamburger Menü, auf die drei Punkte und gehe hier in Einstellungen. Und da findet ihr einen Punkt WLAN-Anrufe. Also das WLAN zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen verwenden. Wenn ich das aktiviere, dann wird jetzt im Grunde dann nicht mein Vertrag verwendet, sondern dann funktioniert das Ganze dann über WLAN. Das muss natürlich auch mein Anbieter mit anbieten. Probleme gibt es zum Beispiel auch über Notrufe. Die können über Wi-Fi-Calling nicht abgesetzt werden. Deswegen kommt hier auch noch mal diese Meldung. Und ich schalte es jetzt mal ein. Ihr seht, jetzt sind WLAN-Rufe eingeschaltet. Und das ist die Kostenfalle, die ihr dann vielleicht im Ausland habt. Jetzt seid ihr in Frankreich, in einem Hotel, in Spanien in einem Hotel, habt dort euch mit dem WLAN verbunden. Und dann sagt euer Telefon, Ah, super, ich kann über WLAN telefonieren. Ja, und das kann euch dann kosten. Denn auch das ist durch dieses Roam like at home nicht abgedeckelt. Das heißt, WLAN-Anrufe solltet ihr, sobald ihr, egal in welches Ausland, auf alle Fälle immer deaktivieren. Und die Alternative, um da eben kostengünstig telefonieren zu können, ist jetzt, wenn ihr WhatsApp oder Alternativen dazu verwendet, dass ihr Anrufe über die tätigt. Denn da ist es so, da geht der Anruf nicht direkt über WLAN, sondern ihr habt WhatsApp. WhatsApp stellt seine Verbindung zu den WhatsApp-Servern her, über das WLAN. Ja, aber das ist wie eine Internetverbindung, so als würdet ihr surfen. Und darüber wird dann telefoniert. Und das ist wiederum kein Problem. Also in Frankreich, in Spanien und in Südafrika, im kostenlosen WLAN eines Hotels, dann sein WhatsApp zu benutzen. Und da zu telefonieren, das ist natürlich gefahrlos möglich. Ja, jetzt habe ich euch die meisten Stolpersteine gezeigt. Hat ihr noch Fragen dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und helfen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch, hier bei BILDNORTV. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018